Herzlich willkommen zurück. Heute Skyforge auf der Switch. Es gibt Kraft. Es zeigt den Weg. Aber mit Macht kommt die Verantwortung. Aileon ist ein wertvolles Gift, der muss sich von den Schwestern beschädigt werden. Der Geist ist weg. Und Hordes von Inverteidern aus anderen Wörtern kamen um unsere Zuhause und unsere Freiheit zu nehmen. Wir werden sie nicht. Lass sie. Die Leute von Aileon glauben in ihre Eros. Und wir werden gegen die Todes kämpfen. Wieder und wieder. Wir werden die Technologien der Inverteidern und die Magik gegen sie. Und die Zeit kommt, wenn ein von den Immortalen wird genug zu sein, um den ganzen Planeten zu führen. Um den ganzen Planeten zu führen. Und wir werden die Folgen beschädigst mein Erfurt. Vorbereitung. Ja. Den Server verbunden. Die Akteurenquests sind oben rechts aufgelistet. Äh, da sind keine... Und nun? Wird geladen, bitte warten. Wenn es weiter geht, bin ich geladen. Ähm, ja, akzeptieren. Die Charaktererstellung. Nollanarkzholz, ein weiblicher Charakter. Frisur. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Ja. 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 mal von vorne aber deshalb voll schief früher die charaktererstellen oder eben jetzt einfach mal die hier modell vorher hüterin ich sage mal christlichen charakter entstellt nichts oder was Ein kleines Schwert, hallo? Ein kleines Schwert. Ich wollte jetzt schon zur Tastatur greifen. Ein kleines Schwert. Ein kleines Schwert. Ein kleines Schwert. Ein kleines Schwert. Rullock. um und wirklich weiterspielen wollen auf einer anderen ich und ich sie für mich das ist das stress call das bieter teig bei birds die towns residenz in heidi we need to find and evacuate them finden und evakuieren ja so springen ach nicht nur warum ich ohne gemacht habe bei lauter pixel markt sehe ich hier überhaupt nichts wahnsinn wir sehen sie an und drücke x ok haltet etwas um das schon gesehen Das ist der Wälder, das ist der Wälder. Meine große Anzahl an Feinden... ...dolk und Y... Ja! Overkill! Bist du're in eastern 나라? Vomit? Vomit? Tú muero? Ja! N duty! Nestecil and help me! Help me! F... Fe... F... ein Kiel ein paar Prozent der Tierney abweich ich dachte sie will mich in Stücke reißen jetzt auch gedacht oh mit beinen oh mehrere Hey over there, you can come out. Come out, it's safe now. Thank the gods, you've got them all. Thank you. Thank you. You're our saviors. We're saved. Thank you. Thank you so much. We thought it was the end of it. Come on, come on. You won't take me alive. Come on, come on. 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 I'm doing this. I'm doing this. Die Ladezeiten sind schon perfekt. Da kann man jetzt vielleicht einen bestimmten Kaffee machen. Ich will noch mal den Moderator fragen. Moderator, hörst du uns auch zu? Gibt es Kaffee? Americano. Wo wir ihn auch gleich nach dieser Videosequenz ab. Arise, Immortal. Es ist nicht der Ende, es ist nur der Beginn. So, weil es hier wahrscheinlich nicht weitergeht, bevor ich loslaufe, würde ich sagen, Afi, Pause. Ich kann auch mal so ein tolles Ding für Pause. Das ist gut. 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 Oh, kurze Pause ist noch ein Hobser, ja, Entschuldigung. Oh, kurze Pause ist noch ein Hobser. 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 Oh, kurze подход ist noch ein Hobser. Oh, kurze astronom ist noch ein Hobser. trip. I am Harida. I will help you settle into your new life. Helfe hier an diesem Ort dich zurecht zu finden. Mach mal. You've had your share of trials. But remember, the darkest hour is just before dawn. New life is a rare privilege. Immortality. It is something we don't yet fully understand. Remember that Immortality does not make you a god. You must learn how to use your new powers as well. It's not that simple. What should I do? A great path lies ahead of you. The way is different for every god. So I cannot advise you on yours. Any path is connected to faith, one way or another. If you want to become a god, you need to open your heart to the tragedies of ordinary people. Help them selflessly. And you will see, that they support you with their faith. Ich werde daran denken können. Remember, to use your new powers wisely and with kindness. But to do that, you must first learn to control them. I know someone who can help you with that. Ich kann es kaum erwarten, ihm zu helfen. You should talk to Flavius. He is no ordinary god. His vocation is science. But don't let that discourage you. He is a miracle worker in his own way. He is waiting for you. Now go. I worry about the other Herren. I wonder why this isn't me. I wish I could visit the training hall. It would be nice to feel like an immortal. ein spieler zu sagen okay leidigen im ort not getting to your head um ein anderes an frau wie es anstrengend sein sehr wohl alles auf wien der sorg machst du willst kurs an series aside from me no one's even trying to understand how things work in this world avius du bist du oh right this is my holographic form no time to flit about and there's so many immortals nowadays just so much to do right back business was ist mit dem training well was we waiting for that transport capsule you're getting in i'll join you in the training hall und etwas gedacht an erst mal wieder nach und an but first you'll need to pick a class i'll show you how pick an available class and you'll learn its basic abilities how about that for a miracle of science and spit out a lot of course that you can always change your class at any time in a tricky situation you have the argus system to offer you advice and of course i invented and i did it and 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 um sometimes you can avoid damage take a closer look at the enemy Some attacks take time to execute, you can evade them. Deal a finishing strike, send it out with a bang. Okay, I'm going to kill you. Oops, something must have broken. Don't panic and try to hang on until I fix everything. I'll load your divine form. I'm sure you'll like it. 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 I don't normally hand out the divine form. It's not even in this training course, but that was an emergency. Someday you'll be able to use it without my assistance in the real world and not just a virtual space. What was it doing? Oh, it's nothing. Do your best. And the desired results will follow suit. There are many troubles on Aelion, and the most crucial one is invasions. Go fight. Go save lives. Go make friends and gain more followers, and you will eventually become strong enough to take the next step and become a junior god. I am beginning to sound like Harida. That's it for now. You can return to the Divine Observatory or wherever you need to go. You can stay if you like, but I can't promise any more fun. Bye. 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 Was ist der Training Center? Oh. Es lädt und lädt und lädt. Ja. Ich werde dich in der Divine Observatoren warten. Use das Schuttle, um dort zu kommen. Du kannst das Schuttle-Terminal finden in der Square. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut. Ich habe dir etwas gegeben. Schau mal, sollte es gut sein. Nein, danke mir. Ich weiß. Ach, wer ist und was er will. Ich bin Marnius, ein Follower von Matarkas. Unsere Lehrer hat das Schuttle. Er hat studiert Relikt-Ether-Radiation. Und er braucht Ether-Imprints von Immortals. Du musst einfach deine Hand auf dieses Gerät. Ich will nicht zu sein, dass es zu hoffen ist. Aber wir können uns auf dem Weg herausfinden, eines der größten Mysterien. Das Projekt wird auf den Origins des Universums. Siehst du, wie wichtig das ist? Siehst du, wie wichtig das ist? Bevor man macht, dem Wissen der Altvorderen. Die Leute von den Zeiten, bevor der A-Line, wussten neue Dinge über die Welt, die wir nur über spekulieren können. Sie haben ihre Erinnerung. Sie haben ihre Erinnerung nach ihren Grafen, und was die Leute in den Zeiten von A-Line verabschieden, während der dunklen Zeiten. Jetzt haben wir nur die Spiegelen, und einige sehr vage legends. Wir wissen nur eine Sache, die Ancienden haben die Gegrüge von Aether in einem Weg, der noch nicht verabschiedet ist für uns. Na gut, wir wissen, dass diese Geheimnisse existieren. Unsere Forschung ist ein Versuch zu erzeugen, zu erzeugen eines davon. Ja, ich verstehe. Danke. Deine Beitrag ist sehr wertvoll. Wir werden sicher, Sie in den Erinnerungen zu erwähnen. Hey, hast du einen Moment? Du bist ein Immortal, richtig? Kannst du das für mich, bitte? Ich habe nur die Gäste in der Alien Ante gesehen, und ich habe noch nie zu der Kapitel. Das ist einfach fantastisch. Do you know Markus, der Immortal Guy? Er ist so wunderschön. Und stark. Wie wünschte ich ihn. Nicht so dumme. Schau mal den Forschungszentrum und der Divine Observatoren. Sie sind nicht glücklich? Ich schaue, und das ist das, was ich sehe. All we know about the world fits in half million cubic yards of space. Ich warte viel. Oh, das ist zu sehr viel. Es war so jung, Untertitelung des ZDF, 2020 Wirkliche Ratgebung. Ja, lass uns mal raten. Wirkliche Ratgebung. 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 Es ist nur wenn du ein Packet hast. Alles wird gut sein, jetzt. Wir werden sicher sein. Wir werden sie sehen. Wir werden sie wegschauen. Wir werden sie wegschauen. Wir werden sie wegschauen. Die Gäste nicht abandöne dich. Okay. Der Geist ist wie Tiere, beide Männer und Frauen. Die Reapers haben keinen Geist. Ich schätze mal, die Laufhege der Monster sind diese gelben Linien. Ein wenig ungewohnt. Ich schätze mal, die Laufhege der Monster sind. 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 Das Modus mag ja unheimlich toll sein, aber... Ich schätze mal, die Laufhege der Monster sind. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.